. . . . . . Was machen denn die da? Wer verteidigt die Borde? Bauchgefühl sagt Handspiel rote Karte. . 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 Das war ein Ball gespielt, das war ein Schwalbe, das war nix. Kein Fall gehen, weiter laufen. Kein Fall, Ball gespielt. Voll schwer, gell? Ja, aber es könnte schon ein Fall gewesen sein. Kein Fall gehen? Kein Fall gehen. Schau mal, das ist Austria. Boom. Rote Karte ist, glaube ich, mal sicher, oder? Nein. Oh, der ist tot, Alter. Oh, das war gestreckt. Das war ein gefährliches Ballspiel, rot. Normal schon. Also ich würde sagen, Vorspiel, rote Karte, ja. Ja. Na ja, ich würde sagen, eine rote Karte normal. Fahrspiel, rote Karte. Ja. Hallo, wie ist dich? Ich bin der Paul, und ich freue mich, dass ich eine Dicke gewonnen habe. Oh mein Gott, nein, ich warm sie sogar. Kommen sie her, bitte. Oha, danke, Gott segne sie. Komm her, Bruder. Ja, liebe Bundesliga, danke für den Gewinn und ich freue mich schon sehr auf das Spiel. Wir sehen uns dort.